Okay. Dreckiger Scheißkerl! Sie rennt! Sie rennt! Dreckiger Scheiß! Ich kriege dich! Scheiße, nochmal. Okay, Krankenhaus. Ich kriege dich! Oh, come on. Oh, come on. Okay. Sei lieber noch da, Nora. Ah! Okay. 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 Hmm. Okay. Okay. Hast du sie gefunden? Wer die ist? Eider geht mir plötzlich darüber. Sagt los. Nein, komm. Über wen reden die da? Nein. Kein Mox von dir. Hände hoch. Bitte. Bitte. Kennst du eine Nora? Ja, kenn ich. Wo ist sie? Im Krankenhaus. Und wo im Krankenhaus? Die räumen die oberen Etagen. Dort muss sie sein. Fuck. Das war dumm. Und wo ist sie? Ja, ich gehe. Ich gehe. Ich gehe. Und wo ist sie? Und wo ist sie? Das war's. Ich muss da rum. Fuck. Die Scars kommen wohl näher. Hoffe, das sind unsere Leute, die diese Freaks umbringen. Hey, weißt du, warum wir alle zurück in die Basis beordert werden? Ich hab gehört, Isaac will, dass wir uns das Zentrum zurückholen. Hab gehört, wir bringen den Kampf zu ihnen. Ich glaub's nicht. Nicht nach dem, was letztes Mal passiert ist. Nicht mal Isaac ist so verrückt. Hab ich aber gehört. Das Schafsgemälde sind gruselig. Wie kommen die eben so nah? Weiß nicht. Scheiße. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Naked. Please. Time off. Yeah. 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 Oh, come on. 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 Fish! Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Nichts. 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 Dreckszak. Nichts. 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 Was ist das? Scheucht sie auf! Woh! Woh! Oh, come on. Das war's für heute. 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 Laura? Ja. Das war's für heute. Ja? Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.